Wann wann er da? Programmieren. Wann er wieder? Programmieren. Gut. Jetzt luckt meine Nase. Entschuldigung. Und jetzt muss ich auch wieder was trinken. Entschuldigung. Gehen doch mal. Ah wie lecker. Wasser. Ich trinke wirklich Wasser. Ich ernähre mich gesund. Es tut mir leid wenn ich gleich aufstehe. Ja. Hört ihr es? Das ist meine Katze. Und das ist mein Zimmer. Und höchstwahrscheinlich wird die gleich raus wollen oder? Nein es sieht gut aus. Sie wird wahrscheinlich doch nicht raus. Wenn jetzt ein paar mal miauzt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich. Also es tut mir leid. So mal gucken. Ist ja noch helllicher Tag. Und die sieht aber nicht so gut aus. Ähm. Ja. Sieht schon besser aus. Ähm. Okay. Sie hat sonst nichts. Außer mit der Hygiene hat sie ein kleines Problemchen. Darf sie danach duschen. Danach verwenden. Und bis die so weit ist hat die schon wieder Hunger. So. Ein Gerüchte nehmen. Und dann Zähne putzen. Ich hätte jetzt Müll im Inventar. Sie hat Müll im Inventar. So. Ach. Mensch. Er wird jetzt auch bald wieder richtig schön traurig sein. Ah. Ziemlich lecker. Gutes Essen hat er gegessen. Richtig. Irgendjemand wollte ich ja auch noch auf Level 10 des Kochens bringen. Ähm. Anschalten. alle Lichter. Anschalten. Dieses Licht. Und warum geht jetzt nicht an. Anschalten. Dieses Licht. Und warum geht jetzt nicht an. Ach. Ach. Ich bin so doof. Alle Lichter. Ich hab gleich auf Ausschalten statt. Ja. Ich sag dazu lieber nichts mehr. Aber jetzt haben wir's ein bisschen heller. Hier auf der Veranda fehlt eigentlich noch eine Lampe. Wie ist denn das mit dieser hier? Fällt das doll auf? Nö. Die brauchen wir da eigentlich gar nicht. Kommt die weiter in die Ecke? So. Schön. Sie ist müde, denn so soll sie auch schlafen gehen. Und er ist gleich wieder wach. Schön. Dann kann er verwenden, duschen, öffnen, ein Gericht nehmen, Entschuldigung, meine Katze hat schon mit mir jaut, Zähne putzen. Sollte die vielleicht nicht immer, wenn ich aufnehme, reinlassen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich bin ja immer noch dabei, sie so weit zu bringen. Warte mal kurz. Ey, juck, juck, juck. Auf Level 5 können die dann, glaube ich, die Bücher an Verlege verkaufen. Das wäre schon sehr cool. Auf jeden Fall. Wenn sie waches, hat sie Probleme, wie eigentlich gar keine. Das ist gut. Dann kann sie dann nämlich schreiben. Äh, weiter schreiben. Großzüge. Ja, das kann sie dann weiter schreiben. Schreiben? Liebesmail schreiben? Nee. Schreiben über kann sie dann... Nee, warte, das brauchen wir gar nicht. Schreiben, Genre schreiben, Poesie kann sie dann nachschreiben. Gut. Und er, wie geht's hier? Ja, ich würde sagen, du brichst das jetzt mal ab. Denn, ja, gut so. Dann kannst du Kanal schauen. Kochkanal, dann kommst du da ein bisschen weiter. Und dann bist du auch wieder bereit, weiter programmieren zu können. Weiter Videospiel programmieren. Beitragslandbruch beschreiben, dann kannst du es jetzt im Briefkast dann verkaufen. Wie weit fehlt er noch? Wie viele Prozent fehlen er noch bis zum Durchbruch? Hm. Ein paar noch. Warten wir mal noch, bis das durch ist. Vielleicht muss er doch noch schreiben. Hm. Kinderbuch nochmal. Nee, eine Poesie nochmal. Poesie? Heißt das irgendwo Poesie? Weiß gar nicht, ob das, ob das so ... Entschuldigung, hab'n vorschmerzen. Okay. Sie muss heute dann gar nicht, sie muss heute nicht so, warum denn auch? Ähm. Wartet mal kurz. Entschuldigung, ich muss mal kurz den Cut setzen, aber die, die, also, wird jetzt sowieso nicht so lang. mehr. Und zwar würde ich jetzt sagen, sie schläft noch und wir können jetzt erstmal, da habe ich eben mal schnell in der Aufnahmepause geguckt, einen Verlag verkaufen. Wir können jetzt drei Bücher an einen Verlag verkaufen. Oh, ist das spannend, ey. Wir verdienen noch mehr Geld. Wir verdienen immer mehr Geld. Dann gehen wir mal zurück ins Haus. Gut, mehr hat sie nicht. Ich dachte doch, dass wir schon ein paar mehr Bücher geschrieben haben. Gut, auf Klo geht so von alleine. Er erzockt sich hier die ganze Zeit. Denn zu Recht, der muss zur Arbeit, der Bengelmensch. Der muss zur Arbeit. Hunger hat sie. Wollte sie vielleicht den Namen mal öffnen? Ah, ein Weltplatz. Ne, toll. Kochen. Grillkäse. Achterportion. Und sie hat dann noch, hat sie noch was? Ja, sie, ähm, Sozial- und Energie. Danach macht sie noch Zähneputzen. Ah, ähm, ja, Zähneputzen. Und dann wird sie schlafen. Und jetzt ein bisschen schneller. Der kommt schon wieder zu spät, aber seine Arbeitsleistung, die muss doch sinken, oder? Ja. Ja. Hm. Cool. Was ich also kann, ja. mein Befehl. Yeah. 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 Weiß immer noch nicht, was wir mit dem Bahaker machen sollen. Ich hab ja überlegt, dass man die hier vielleicht nach ganz hinten verschiebt und dann hier unten eine, ähm, warum ist sie jetzt nicht auf Klo gegangen? Die soll das verwenden, Die pinkeln ins Bett. Und dann schlafen. Scheiße. Wurzeln gepinkelt. Auf dem halben Weg ist er. Und dann soll er wieder schlafen. Ach, Mensch. Oh, wie lange nehm ich jetzt schon wieder auf? Gut. Und sie hat immer so komplett, alles komplett drunter. Danach darf sie duschen. Dann darf sie Kanal schauen. Und zwar darf sie eine Romanza ansehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.